Es geht weiter, also Schichtnummer, guck mal, jetzt hier, guck, seht ihr das? Es ist lila, seht ihr das? Also die Kommentare sagen uns dann gleich ja. Also lila, das ist fertig, das ist Finger. Das wird direkt blau, ich muss hier nochmal gucken. Ist das aufregend? Philipp Felser sagen, wisst es denn? Ja, so geht's hier. Seht ihr das? Seht, das ist, ich bin heiß und das ist fast heiß. Hast du geschmiert, ne? Ja, so geht das hier. Man muss dazu sagen, ich bin nicht die Einfachste, ne? Deswegen, also, ich bin, macht das schon toll. Ist schon fertig? Sind wir schon da? Schon fertig. Ey, guck, seht ihr das? Wie geil ist das denn? Und das wird gleich blau. Habt ihr gesehen? Scheiße, dass die nicht mit mir reden können, wenn ich filme. Ich brauche Kommentare. Kurs, und komm mal her. Du musst, du musst die, du musst die Kommentare geben. Was? Ich bin jetzt drin. Guck mal, die schmiert das drauf. Also, ich schmiert das. Mach mal ein A und ein O. A, jetzt wird rein. Oh man. Aber du hast mal kurz, Moni, neu. Du soll wieder raus. Kann ich raus? Jetzt, jetzt, ich war zu kurz. Jetzt. Raus. Okay, alles klar. Was? Ja, ich glaub, das kennen die Leute schon. Ja. So. Ey, ist das aufregend. Oh, jetzt nicht. Habe ich jetzt einen Ausschnitt gefilmt? Nee, alles noch jugendfrei. Ja, da werden... Oh, das ist Lila! Sehen die das? Also, ich seh es. Und die sehen das bestimmt auch. Und wenn nicht? Aber die wissen auch, Lila ist die Farbe der... Oh, ja. Ich bin voll befriedigt. Deswegen wird das ja relativ schnell blau, wie man sieht. Und sowas von blau. Also, ich glaub, blauer geht schon gar nicht mehr. Das machen wir bei Markus. Wir machen das bei Markus auch drauf. Guck mal. Aber bei ihm kommt dann das Orange, was pink wird. Ja, ach, genau. Also, es ist erst Orange und dann wird es Pink. Ja, genau. Ach du Scheiße, warum machst du mir dann den Quatsch drauf? Weil du Lila wolltest. Ach nee, Quatsch. Kapit wolltest. Scheiße. Ja, ach gut. Ja, aber... Mensch. Mensch, Maya hier. Jetzt müssen wir die andere Hand anders machen. Orange und Pink. Sieht zwar voll beschissen dann aus, aber das macht jetzt gar nichts. Aber ich finde das... Oh, und guck mal. Lila. Mädels. Und Jungs. So. Nochmal rein. Ah ja. Okay. Ach, ich wollte dir das nicht entgegenschießen. Komm, mach mal deine Farbe wieder zurück. Da, so. Guck mal meine Lampe, wie sie glistert und funkelt. Oh Gott. Hi. Oh Mann, jetzt kriegt der Startlass. Startlass. Ah, komm mal her. Ich brauch mal deine Hände. Komm mal her. Nein, ich hab... Ich hab... Ich hab's mal rumgefunden, Frau Laura. Was denn das da? Ja, verzorben wieder. Verzorben? Oh, wir sind online. Mit wem bist du online? Naja, ähm... Gleich mit Facebook. Das ist eine dumme Idee. Willst du etwas sagen? Nein. Nein? Sag nichts, weil das... Ja. ...was gegen dich verwendet werden könnte. Ja, ja. Ja, guck mal... Nee, jetzt... Aber guck mal kurz auf meine Finger. Gleich unterhalte ich mich mit dir. Ja. Siehst du das? Die Farbe? Die Farbe ist... Lila. Da. Und es wird... Entschuldigung. Ja. Ja. Wieso das? Sagt der Herr Stadler. Der Herr Stadler mit 103 Kilo. Er ist nämlich ein richtiger Mann. Das ist ja Technik. Das ist Technik. Das heißt, ich habe Sex. Oh. Nein. Soll wenn ich jetzt eine Jugendfreie... Soll ich mal ein bisschen... Das ist alles nicht Jugendfreie jetzt, ne? Das habt ihr eben nicht gehört. Der hat doch gelogen, oder? Oder? Der poppt doch bestimmt, oder? Was denkst du? Hier. Ach, das ist sehr gut. Sehr gut. Können wir dann bei dir die andere Farbe ausprobieren? Ich kann doch jetzt nicht. Ich krieg doch jetzt meine Finger gemacht. Ich muss nämlich mal einen Porsche abholen später. Dann wird das in der Karte. Ah. Wegen dem Roller? Ja. Ja, okay. Geh mal kurz rein? Ein Roller ist ein Tugati. Aber kriege ich jetzt ein paar Prozente, weil ich das jetzt mal auf Facebook poste? Okay. Ich will auch einen Roller. Was kostet der? Was? Ein Roller? Ja, meiner ist... Ich hab ja schon einen, der hat das gemacht worden. Ich brauch nicht nach seinen, sondern nach seinen. Nein, ich will ja einen. Ja, ich auch. Wir wissen jetzt. Wieso willst du... Du willst doch keinen. Guck mal, du... Soll ich euch mal zeigen, was die für ein Auto fährt? Hier. Ja, da hängt der BMW. Seht ihr das, Leute? Ich mach auch. Ja, ich mach auch. Okay. Oh, scheiße. Wenn du... Mit meinem Zen. Sooooh. Sehr aufmerksam. Kann ich das jetzt wieder rausholen? Ja. Vielen Dank. Ja, du brauchst eine Achselbeschriege. Ey, das kann man doch niemals reinstellen, oder? Nehmen die uns ernst? Nee. Aber ich wollte nur noch sagen, die Farbe Lilla... Ja. Also, den ersten Part kannst du reinmachen. Und dann kannst du noch mal reinmachen, wie es... Dings ist. Wie es fertig ist. Ne, das machen wir jetzt auch rein. Ne? Du kriegst das pink. Es ist erst orange und dann pink. Super. Ja, das sind ganz kleine Farben. Also, ich beende jetzt mal das und mach dann nochmal...